Mit der Map-Generierung? Ähm, dass wir zum Anfang mehr um uns herum haben. Vom Material. Und größere Biomes. Okay. Sonst habe ich nicht eingestellt. Also einfach nicht alles eingestellt oder was? Ne, was halt drumherum ist. Man kann ja einstellen, dass halt ein bisschen drumherum von uns halt in der Nähe ein bisschen mehr ist. Für den Anfang. Ich meine jetzt mit anderen Bäumen und so. Nein. Nein. Das habe ich nicht eingestellt. Kann man ja machen, nachdem wir das nächste Mal gestorben sind. Ja, da kann man natürlich fast eine gecheatete Map was machen. Nein, ich meine, dass da nicht so viel Auftrag dringend ist. Ach so. Ein bisschen mehr bauen sie dagegen natürlich, aber zum Beispiel auch andere Baumsorten oder so. Ja, baumsorten gab es keine neuen. Nein? Ne. Dann ist die LX noch nicht so weit mit dem was eigentlich... Ja, es gibt diese Birkenbäume ja, die meinst du, ne? Generell gab es da durch die anderen DLCs noch mehr Sachen dazu. Aber ist noch nicht so. Boah, sie ist riesig hier. Was mir jetzt fehlt, ist wirklich noch, dass wenn du die Map auftaucht, dass sie eigentlich bei mir auch mit auftaucht. Das war auch gut, ja. Aber da muss ich noch mal durchgucken. Aber ich glaube da war nichts besonders mehr. Aber die sind schon okay, die Mods. Naja. Da sind auch keine Cheetah-Mods. Das ist einfach nur... Guck mal, wenn ich jetzt auf der Karte gucke, sehe ich die ganz unten auf der Karte. Aaaah, Spinne. Und so muss ein Mod für mich sein. Ja. Kleine Sachen, das ist schon ganz gut. Oh, ein Knickel. Vielleicht noch so ein Mod dazu, dass auch derjenige dann das Bein auf die Karte so aufgedeckt wird. Ja. Das ist ja noch geil. Das ist mir nicht blöd. Du weißt ja jetzt nicht, ob der andere da schon war. So. Ne? Ja, richtig. Und so kann man das ein bisschen... Oh, ich muss essen, 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 essen. Essen, 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 essen. Erst mit den ganzen vergammelten Karotten essen. Herzmaul. Oh, die Wüste ist hier riesig, ne? Geil. Aber wirklich riesig. Das ist mir irgendwo, wo wir auch ganz viele Sträucher kriegen. Aber... Exakt. Gras. Mhm. Machen wir ne fette Farm, oder machen wir ne... Wie viele Kack hast du? 16. Sollen wir zwei große Farben machen? Klar. Okay, machen wir zwei große. Also die, dass ich richtig mehr bringe. Das ist sauber. Das ist geil. Normalerweise müsste man auch irgendwie durch Magie oder so, dass man sich noch ein Portal erstellen kann. Es gab... Ähm... Andere Wurmlöcher. Das hab ich auch noch gesehen, aber... Warum willst du hier denn? Teleportstab gab's. Ja ne, ich mein nur, dass wir uns zu den... Hier runter teleportieren können. Ach so, ja. Selbst erstellte Wurmlöcher. Für ne extra Farm hier unten dann. Dass wir hier so ein extra Lager haben, ne? Mhm. Boah, das Ding ist echt... Das Ding ist riesig. Geil. Krank. Natürlich ist hier nie so viele Herden, aber hier sind auch Spinnen und so in der Nähe. Das ist auch gut. So, ich hab jetzt drei Kanickel. Ich würd sagen, als nächstes mach ich mir mal... einen Stock und greif hier die Spinnen an. Und nimm mir genug Essen mit, dass ich nicht verreck. Ja, dann mach dir vielleicht noch ne Kleidung oder so. Kleidungsstück. Ach, ich seh grad, du konntest... Ach ne, Hut konntest du ja sowieso... Ja Hut. Also was halt damals ich ging, war halt dieses Amulett einzeln zu haben. Musstest du immer mit dem Rucksack tauschen. Ich hab die Wüste immer noch nicht komplett erforscht. Okay. Aber es ist gleich dunkel wieder, ne? Ja, ich hab Feuer dabei. Du hast Feuer gemacht. Ich hab Feuer gebohrt. Äh, irgendwie ist die Map grad ein bisschen buggy. Ne, jetzt hat's ja aktualisiert, okay. Dim, 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 dim. Komm mir irgendwie bekannt vor. Hast du Musik nebenbei laut? Hä? Hast du Musik nebenbei an? Nö, ich hab keine Musik nebenbei an. Aber ich glaub... Ich werd das demnächst machen, weil die Musik hier so oft nie auftaucht. Naja, wenn's nacht ist, ist es sowieso weg. Ja, aber generell ist hier so selten Musik. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Oh, ich muss ins Lager zurück. Ich muss Feuer machen. Oh, ich muss Feuer machen. Kurz warten, bis das dunkler wird. Ah ne, kann ich jetzt auch schon machen. Schmeiß mal 4 rein. Und hinsetzen. Schmeiß mal 2 rein. Kannst du die Schmetterlinge auch essen? Ja. Immer guten Hunger. Weil sie uns vergammelt grad. Einen hieß, den töd ich schonmal. Oh, mein Hirn hat nur noch 140. Was Blumen? Hm, 180. So, wenn du damit wiederkommst, dann kann man da eigentlich was mitmachen. Hey du Spinne, verpiss dich. Bleib weg. Na, nicht so gemein sein. Klar. Tricksvieh, wir bleiben weg. Blend. So, noch ne Kiste. Tricksvieh. Baumaterial, den haben wir. Wird gleich wieder Tag. Jetzt ist es Tag. Okay. Wie die eine tue ich mal nur Steine rein in die linke. Hm. Weißt du warum? Da auch eben eine Spinne war. Ne. Weil natürlich beim Nest sich mein Leier an mein Feuer eingetan hat. Sowas ist echt super, wenn das passiert. Zwar. Ja, du achtest ja nie wirklich drauf, ne? Ne. Wie viel Flint haben wir denn? Ah, da war genug, das reicht. La, la. La, 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 la. Oh, die Bäume neben uns sind alle fast fertig. Ja, da oben bist du. Also, so auf der Karte wird das grad nicht mehr angezeigt, wo du grad bist. Meinst du jetzt, doch, wenn du raus? Mit den Pfeilanzeigen. Ah ne, das kommt, wenn du in der Nähe bist. Wieder. Ich glaub, das war vorher aber auch schon. Na, normal müsste es eigentlich funktionieren. Bin ich in der Nähe. Aber irgendwie. Attack. Komm, Attack. Das Ding deaktiviert grad bei mir. Kann auch sein. Oh, der Pilz, ey. Warte mal, wie war das? Aber wir sehen uns zumindest auf der Karte. Rot macht, äh... Hirn runter, Leben rauf. Ja, aber wenn ich das Rohr fresse... Äh... Macht's dir Schaden. Macht das jetzt runter. Ja. Und Magen voll. Das geht eigentlich, dann brauch ich eigentlich nur Blumen fressen, dann geht das auch wieder rauf. Ah, jetzt zeigst du bei mir an. Ja, bei mir auch. Wie weit bist du jetzt in der Nähe? Okay. Vielleicht bestimmt der Radius. Hm, kann sein. Ah, wenn ich Blumen sammle, dann... ...regenere ich, ja. Wir kommen da drauf. Wie kommst du denn da drauf? Welche ehgeln? ...zu hab ich ja... So ein bisschen Gras noch weiter sammeln Damit ich Bisschen mehr bauen kann Oder zumindest uns einzäunen kann Ja, wir mussten nur in die Wüste runter Gehen Oh ne, ich hab hier genug Ach, ist ja ruhig Ich hab genug hier 32 Grad Es wird kälter 31 Ähm Dim dim Was haben wir denn hier drin Hm, das kann da rein Ach ja, gluck, gluck Was haben wir denn hier drin Ich weiß gar nicht, ob die Kaninchen Ob die irgendwann sterben im Winter Oh, ich hab keine Axt mehr Tschup, tschup Nehmen wir mal alles mit hier Das haben wir wieder gehört Ne, kommen meistens immer so am 12. Tag Weit weg meine ich eben Naja, das ist öfters, dass sie dann da sind Meist ab dem 12. Tag Kommen sie dann Hm Ah ok, du bist noch bei mir auf der Karte angezeigt Du bist halt nur bei mir versteckt In der Hungersleiste Ja Kaninchen gefangen Ja Das Kaninchen ist gefangen Das kommt das nämlich mit La 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 Fahrt durch da einfach rein Warte, checken, ob hier noch was unten ist Ah, hier ist noch ein bisschen krass Das 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 ist noch ein bisschen krass